Die Augen sind ganz cool gemacht, mit dem Rauch. Echt? Ich finde das sieht aus wie ein Scheißhaufen. Ja, also ich finde das eigentlich ganz cool. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist meh. Komische Färbung für ein Scheißhaufen. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Master Builders, aka The Building Game, heute auf dem Desert Temple, zusammen mit Kidos und Smeth. Hallo. Hey. Das klang jetzt aber nicht enthusiastisch. Nice. Das machen wir doch mal. Zusammen mit Kidos und Smeth. Hallo, ich bin der Kidos. Leute, enthusiastischer. Ich bin die Stürmwaffel. Das ist so wie ich. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal üben. Also da streiche ich euch ganz kurz mal eine 4 für Kidos. Den Unterhalt. 4 minus. Ich streiche euch den Unterhalt. Genau. Oh, okidoki. Wo sehe ich jetzt, was ich bauen muss? Aber was ist denn mit Martin? Ja, das kommt jetzt. Du kriegst jetzt gleich das Thema in 3 Sekunden. Ich möchte kurz sagen, Leute, ich kann echt nicht bauen. Ich geb mir Mühe. Ich werd mir Mühe geben. Oh, grüßt. Guck mal. Oh, Geist. Oh, da kann ich was Gutes. Echt? Da habe ich eine echt gute Idee. Da könnte ich wirklich gut sein. Wichtig noch, Palle, du hast im Inventar unten auf der letzten Leiste einen Diamanten. Wenn man da Rechtsklick draus macht, hast du nur so special Sachen wie den Untergrund changen, deinen Flight Speed und was ganz wichtig sein könnte, vielleicht Partikel oder Partikel. Damit kann man viel machen. Ich habe wirklich ausnahmsweise mal, ich musste irgendwann mal eine Eule bauen, das konnte ich gar nicht. Hast du Geist gebaut? Ne, da habe ich, ich weiß nicht, was ich da gebaut habe. Aber hier habe ich wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Zack. Und viele von euch müssten das eigentlich auch erkennen, was ich dann da letztlich baue. Ich kann es nicht erkennen, ich finde es schrecklich. Nein, nein, warte mal, warte mal, warte mal. Zack. Hier muss ich nochmal ein bisschen höher. Oh, nee. Ach, verdammt. Och, Mann. Warte mal. Das klingt schon mal, das klingt schon mal sehr, sehr gut, was du da veranstaltest. Wie kann ich denn? Hä? Ich habe gebaut und war mir eigentlich sicher, dass beides, ach komm, okay, warte mal, das machen wir nochmal hier ein bisschen. Ja, ich kann scheinbar nicht mal symmetrisch bauen. Das ist auch, obwohl ich probiere auch hier gerade was ganz Neues, das kenne ich auch noch nicht von mir. Ich probiere einfach mal wild drauf loszubauen. Entweder wird das gleich extrem Bombe oder voll schlecht. Du musst einfach an dich glauben. Ich bin mir sicher, das wird extrem Bombe. Ich tippe auf zweiteres tatsächlich. Was machst du? Das macht mir echt ein bisschen Angst. Ich habe, ich habe, ja, okay, mein Plan, mein eigentlicher Plan sieht irgendwie doch nicht so aus, wie ich dachte, aber, meiner ist auf jeden Fall, meiner ist gut gelaunt. Deiner ist gut gelaunt. All right. Meine hat hier, warte mal, so ein Geist hat natürlich auch so ein bisschen, hier, zack. Diese Kinder sind bei dir wieder Gäste. Ist Davis wieder da? Bei mir war gerade, war schon wieder Davis. Aber was ist denn da los? Jetzt ist er irgendwie gegangen, jetzt ist er wiedergekommen. Ich weiß auch nicht so genau, was das wird. Oh, drei Minuten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich habe Panik. Warte. Doch, doch, das ist gut. Keine Panik auf der Titanic, Leute. Alles easy, cheesy on the man easy. Keine Panik auf der Titanic. Warte mal, von welcher Seite wird denn geguckt? Ja, die können fliegen, du kannst fliegen. Alles gut. Ach so. Mach dir keine Gedanken, junger Mann. Was ist denn los mit dir? Das ist echt mehr als beunruhigend. Warte mal, jetzt mache ich mal die Options. Change Ground. Jetzt muss es natürlich dunkel sein, damit das Meer heraussticht. Aber ich merke schon, er macht sich wirklich Gedanken. Ja, er macht sich wirklich Gedanken. Ja, ja, aber. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass ich Paludengedanken mache. Vor allen Dingen beim Bauen. Aber ich finde es gut, dass er es tut. Ich finde es einfach toll. Geister haben Nasen, oder? Weiß ich nicht so genau, was für Geister du so in deinem... Wenn ich das nicht gewinne, bin ich richtig stinkig. Nein, das sieht richtig scheiße aus. Nein. Meiner hat noch einen Hut auf. Du weißt, dass hier das Bauniveau gigantisch ist, oder? Das wollte ich dir nochmal erzählen. Hier sind wirklich die absoluten... Die sind richtig gut hier. Profis of the Hood. Ja, weil Leute, das Ding ist, wir müssen ja nur zusammenhalten. Dann kriegen wir Ghostie. Nee, du siehst den Namen am Anfang. Ghostie. Das ist ja das... Ja, aber wir wissen doch, von wem das ist. Nee. Doch, 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 wartet. Ich baue hier vorne einen kleinen... Ein, ein, eine Dirt, ein Grabstein. Ein Dirt-Grabstein. Das sieht so unendlich schlecht aus. Ich kann kaum noch in Worte fassen, wie schlecht das aussieht. Okay, wir haben noch 1,4. Warte, was kann ich hier noch machen? Äh, Partikel. Oh. Ach, was. Ja, sag ich doch. Ja, das ist schon ganz nice, da noch so ein bisschen mit Partikeln ranzugehen. Da kann man schon, äh, kann man schon was machen. Ja, ja, wie du mal... Komm schon, komm schon, komm schon, mach schon. Das ist doch schon eine ganz gute Idee. Oh, ich habe noch eine Minute Zeit. Ach, man kann nur eine bestimmte Anzahl von Partikeln benutzen? Ja, ja, genau so. Ah, schade. Oh, Time ist natürlich, ist es, es muss dunkel sein. Hä? Oh, wie ich einfach manchmal keine, keine Zäune da rausnehmen kann. Das geht mir richtig auf den... Ich weiß nicht, was... Auf den, was? Alter. Auf den, äh, hier. Da weißt du schon, was ich meine, ja? Das ist so eine... Warum kann ich keine Zäune nehmen? Das geht... Was ist denn los? Warum nicht? Alter. Ich habe dieses Gesicht komplett in seinem Gesicht. Okay, 30 Sekunden. Ne, meins ist, meins ist perfekt. Also, äh, achtet bitte, achtet bitte nur da drauf, dass... Achtet bitte nur da drauf. Dass das, dass das Dirtkreuz vorne vor Ghosty ist. Es ist, es ist Willi der Geist, a.k.a. Ghosty, so hat er sich selbst genannt. Weil er war mit Willi dem Namen nicht ganz so zufrieden. Willi ist aber ein toller, Willi ein toller Geist. Willi ist ein... Also, wie gesagt... Ich finde, Willi ist toll. Okay, okay. So, wollte ich mich nur schon mal anmerken. Jetzt geht's los, gespannt. Gott, das sieht so scheiße aus. Ich werde nicht sagen, was von mir ist. Oh. Oh Gott, das ist cool. Ja, das ist das, was ich bauen wollte. Das sind nämlich diese Pac-Man-Sachen. Ach, stimmt. Das ist aber echt amazing. Pac-Man, das finde ich ja, das ist... Das finde ich amazing. Ja, ich muss aber, man muss ja auch noch sagen, wow, everything is awesome. Das muss man ja... Oh, Keydoss. Ja, ja, ja. Zwei dumme Eingedanke. Das ging runter wie Öl hier. Das ist auch amazing. Das ist von Super Mario. Das finde ich ist auch amazing. Das ist auch amazing. Ja, aber wir sehen doch gleich. Ich kann doch gleich euch sagen, dass es meins ist. Das ist, das ist... Das fand ich wirklich cool jetzt. Also, das finde ich echt... Ich finde das schon okay, dass ihr jetzt Panda Band PvP auf die gleiche Stufe stellt wie mich, aber... Das ist... Also, Palle hat ja über ein paar Dinge geredet. Ja, du... Das ist so bitter. Ja, nice. Ist das ein Gast oder... Warum hat der ein Bar? Das ist okay. Das war der Geist der fröhlichen Weihnacht. Ah, Notch. Stimmt, das sieht wirklich aus wie ein Notch. Aber ich darf gar nicht mal so lachen, weil es ist so scheiße. Ich habe richtig Panik. Bist du das? Freddy Palud hat sich da Mühe gegeben. Ich finde das... Ich finde das kannst du nicht mehr machen. Smurf ist aber... Smurf ist... Smurf ist... Smurf ist... Hast du das gemacht? Ich sage nix, du nix. I love... Hast du da kein N mehr? Ach, das ist KFG-Fahr. Das bist du gar nicht. Nee, habe ich ja auch gesagt. Das ist Freddy's zweiter Counter gleichzeitig gespielt. Mit beiden Händen irgendwie... Was ist das denn für die Scheiße? Der könnte auch von mir sein. Aber... Ich sage... Ich finde... Ich sage... It's okay. It's okay. It's okay. Ich hoffe, ich gewinne, ey. Ja, ich gewinne. Nein, so viel... Marc... Marc Wink, Alter. Der alte Marc Uwe. Was ist das denn? Nee. Sieht so ein bisschen aus, als würde der Geist rauchen so vorne. Es ist so ein bisschen als, äh... Also... Ja, machen wir mal. Ist okay. Also... Also ist schon amazing, kann man auch einfach mal so sagen. Ich sag... Ich sag... Mäh. Oh nein, ich konnte mich auswählen. Oh Mann, ey. Oh, guck mal. Der ist wieder jemand, der hatte die gleiche... Das finde ich ist... Die Pac-Mans, ne? Das ist ganz gut. Amazing. Das ist ganz gut, finde ich. Das finde ich auch. Auch mit den Partikeln gemacht. Das ist auf jeden Fall nice. Partikeln, echt. Ich merke schon, ich bin, äh, kunstkritischer als ihr. Auf jeden Fall. Ich hab einfach die ganze Zeit non-stop mal ice up bleeding, so, um alle runter zu Boden. Oh. Was ist das denn? Nein, natürlich nicht. Ah. Okay. Das finde ich, aber irgendwie, ich muss sagen, ich mag das amazing. Das ist schlicht, das ist mehr so ein Ghast, irgendwie, anstatt ein Ghost. Ja, also das ist... Ja, aber meine Güte, das hat was, ne? Ja, kurzzeitig hatte ich ein bisschen Angst, dass da tatsächlich Ghast steht und nicht Ghost. Dass wir halt so, oh, okay. Oh. Das ist cool gemacht, so beschwörungsmäßig irgendwie. Das ist lustig. Wie so ein Ginny. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Ah, guck mal, von vorne. Hä? Hä, was hat denn der da in den Haaren da? Das sind die Augen. Das sind die Augen. Ja. Ach so. Der so von Tommy von der Erde. Hauptsache eigentlich. Der hat dann noch mitgeteilt, wenn ich den Planeten herkomme. Das finde ich ganz praktisch. Die Augen sind ganz cool gemacht. Mit dem Rauch. Echt? Ich finde, das sieht aus wie ein Scheißhaufen. Ja, ja. Also ich finde das eigentlich ganz cool. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist meh. Komische Färbung für den Scheißhaufen. Hahahaha. 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 Wieso ist denn da Feuer bei dem Geist? Hahahaha. Hahahaha. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Sehen wir jetzt nochmal Dinos? Ach, das ist das, was geworden ist. Ach so. Genau, das ist das. Kedos ist zweiter tatsächlich. Krass. Und ich bin letzter. Warte mal, wo konnte ich sehen? Oh. Du warst vorletzter, glaube ich. Du warst vorletzter, glaube ich. Ja. Oh, Leute. Ich fand das mit Freddy so gut wie Freddy noch so. Ja, das ist mit den Augen. Das ist aber cool gemacht hier. Also das ist wirklich skandalös wie hier votiert wurde. Tut mir leid. Willi ist wirklich stinkensauer. Also weil Willi war wirklich, der war wunderschön. Meine Damen und Herren, das war es mit einer kleinen Runde von Masterbilders. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Vergesst natürlich auch nicht bei den anderen beiden Schlabiner vorbeizuschauen. Die sind ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.